Alles klar, herzlich willkommen zu meinem Vortrag über das Thema hohe Verfügbarkeit. Anfangs gestellt die Frage, sind 99% genug? Lassen Sie mich zunächst ein paar Worte zu mir sagen. Mein Name ist Tim Schmeling, ich bin gebürtig aus Kiel, lebe momentan in Baden-Württemberg schon einige Zeit. Bin dort beschäftigt als Systemadministrator für Unix und Linux-Systeme bei einem europaweit agierenden Systemhaus und dort im Rechenzentrum zuständig für die E-Commerce-Landschaft. Also alles, was mit Webshops zu tun hat, mit DMZs, Firewalls, Netzwerk, das ist alles so mein Themengebiet. Linux an sich, damit beschäftige ich mich schon seit ca. 15 bis 16 Jahren. Und ja, heute geht es um das Thema Hochverfügbarkeit. Zunächst möchte ich mit Ihnen klären, was ist Hochverfügbarkeit überhaupt? Beziehungsweise im Laufe des Vortrags werden Sie selbst in der Lage sein, sich diese Frage zu beantworten. Sind die 99% genug oder reichen mir 99% Verfügbarkeit überhaupt aus? Da werden Sie also am Ende des Vortrags spätestens dann selbst in der Lage zu sein, sich selbst diese Frage zu beantworten. Kommen wir zunächst dazu, was Hochverfügbarkeit überhaupt ist. Grundsätzlich gilt, dass ein Dienst oder ein Service immer verfügbar sein muss oder verfügbar sein soll. Und der Dienst oder Service, das kann natürlich manikfaltig sein, das kann ein Web-Server sein, ein Applikations-Server, das kann mein E-Mail-Dienst sein oder irgendwelche Systeme, die für eine Produktion zuständig sind, die müssen halt dann je nach Verfügbarkeit entsprechend da ihre Aufgaben bewerkstelligen. Es gibt da eine Formel, wie man die Verfügbarkeit berechnet, die habe ich unten einmal angezeichnet, dargestellt. Die Verfügbarkeit errechnet sich so in Prozent und es gibt da zwei Faktoren, die MTBF, Mean Time Before oder Between Failure und die MTTR, die Mean Time to Repair. Und diese beiden Zahlen sagen letztendlich aus, die MTBF bekommst du zum Beispiel aus den Datenblättern, das ist die Zeit, von der man ausgeht, dass eine Komponentenfehler aufweist oder nicht mehr funktioniert. Beispiel eine Festplatte, da steht im Datenblatt drin, wann sie eventuell ausfallen kann, nach so und so vier Stunden, das bekommt man da also super raus. Ebenso bei den Lüftern oder Netzteilen, das bekommt man da tatsächlich hin. Die MTTR sagt aus oder gibt die Zeit an, die ich brauche, um eine Komponente zu reparieren, sodass der Dienst wieder verfügbar ist, sodass er wieder funktionieren kann. Und anhand dieser beiden Parameter kann man tatsächlich die Verfügbarkeit errechnen. Das ist diese ganz einfache Formel. Die Verfügbarkeit in Prozent ergibt sich aus der MTBF geteilt durch der MTBF plus MTTR. Ganz einfach. Nochmal zum Thema Hochverfügbarkeit. Was ist das überhaupt? Grundsätzlich sagte ich ja anfangs schon, dass ein Dienst oder ein Service immer verfügbar sein soll. Das allerdings auch beim Ausfall. Man stelle sich vor, ich betreibe einen Webshop, verdiene damit also mein Geld. Dann ist es sehr unpraktisch, wenn der Webserver, der diesen Webshop anbietet, nicht funktioniert. Warum? Ganz klar. Meine Kunden sind böse, sind halt nicht gut gelaunt, weil sie nicht bestellen können. Und ich verdiene kein Geld. Sehr unpraktisch. Es gibt zum Thema Hochverfügbarkeit eine Tabelle, die ich hier einmal anwerfe, wo man einige Verfügbarkeiten ablesen kann. Grundsätzlich sagte ich ja eben schon, die Verfügbarkeit wird in Prozent angegeben und die kann man sehr gut berechnen. Wenn ich also meine beiden Kenngrößen habe, die MTBF und die MTTR, die ich indirekt quasi selbst festlege, da kommen wir im Verlauf des Vortrags nochmal zu, kann ich also meine Verfügbarkeit entsprechend ausrechnen. Grundsätzlich sagt man, dass die Verfügbarkeit erst beginnt ab 3,9, also 99,9 Prozent. Ab da spricht man tatsächlich erst von wirklicher Hochverfügbarkeit. Und Sie sehen ja auch, wenn ich jetzt eine Verfügbarkeit habe von 99 Prozent, dann darf der Dienst, den ich anbiete, pro Monat 438 Minuten ausfallen. Das entspricht ein bisschen mehr als sieben Stunden und das ist eigentlich ein Arbeitstag. Ein Arbeitstag, kein Geld verdienen, das ist schon was. Summiert aufs Jahr ergibt das ein bisschen mehr als drei Tage, dreieinhalb Tage ungefähr. Und ja, ist natürlich unhaltbarer Zustand. Insofern spricht man bei 99 Prozent tatsächlich nicht von Hochverfügbarkeit. Und je nachdem, was ich für Anforderungen habe an meine Systeme oder an meine Dienste, muss ich dafür Sorge tragen, dass diese Verfügbarkeit entsprechend hoch ist. Das hängt immer davon ab, was biete ich an, wie lange oder wie verfügbar müssen meine Systeme arbeiten und was habe ich möglicherweise, wenn ein Fehler passiert, was habe ich da für Auswirkungen. Verliere ich Geld, kann ja durchaus sein. Habe ich einen Imageschaden dadurch, auch das ist möglich. Das ist immer so ein bisschen Sache, je nachdem, was ich halt anbiete. Also kann man nicht pauschal sagen. Wenn wir jetzt ein bisschen weiter runter gehen, dann sehen wir hier, haben wir zum Beispiel das zweitletzte 5,9. Das entspricht einer Ausfallzeit pro Monat von 26,3 Sekunden. Und das ist schon recht sportlich. Ich biete also einen Dienst an, der im Monat, Pi mal Daumen, 26 Sekunden ausfallen darf. Das zu schaffen, alle Achtung. Aber auch das kriegt man hin mit den richtigen Komponenten, mit entsprechender Planung und entsprechend Personal. Also das ist überhaupt kein Problem. Bei dem Thema Verfügbarkeit ist eine weitere Sache wichtig. Und zwar, natürlich kann mein Dienst ausfallen, wenn der Server kaputt geht, wenn mein Gebäude abbrennt, wo der Server drin ist. Aber eine Sache gilt es noch zu beachten, denn die Software, das Betriebssystem, das muss ja auch alles gewartet werden. Wenn da jetzt irgendwie ein Bug fix ist, beziehungsweise ein Bug ist, dann muss ich den natürlich entsprechend fixen. Meine Betriebssystem-Updates muss ich einspielen. Möglicherweise muss mein Webshop mal irgendwann ein Update erfahren. All das zählt mit in diese Verfügbarkeitsberechnung mit ein. Also wenn ich pro Monat ein Update von meinem Shop mache und da während dieses Updates quasi nicht verfügbar ist, warum auch immer, da muss ich also wirklich das mit in die Berechnung mit einbeziehen. Weil während dieser Zeit halt meine Kunden nicht bestellen können oder den Shop nicht aufrufen können. Okay. Gehen wir davon aus, dass wir einen Benutzer haben. Ich habe jetzt hier einmal die serielle Kopplung von Komponenten angeworfen. Wir haben auf der linken Seite einen Benutzer, der möchte einen Monitor kaufen in meinem Webshop. Überhaupt kein Problem. Er tippt www.meinwebshop.de ein, kommt auf den Webshop an sich, sucht sich einen Monitor aus, legt den in den Einkaufswagen. Das passiert möglicherweise auf dem Server 1, weil das der Webserver ist. Dieser wiederum bezieht noch weitere Informationen von dem Server 2. Ist der Monitor überhaupt verfügbar? Welchen Preis hat er? Möglicherweise habe ich in Deutschland einen anderen Preis als in der Schweiz oder in den Niederlanden. Da ist natürlich auch das Thema Währung eine gute Sache. Und diese Logik, die kann durchaus ausgelagert sein auf nachgelagerte Komponenten. In diesem Fall der Server 2. Wenn alles gut geht, wie in diesem Fall, dann kann der Kunde bestellen, findet seinen Monitor, er findet die Verfügbarkeit, weiß, was er bezahlen muss, bestellt, der Kunde bekommt irgendwann später seinen Monitor, wir verdienen Geld und alle sind glücklich. Überhaupt kein Problem. Nur, was passiert denn bei so einer seriellen Kopplung, wenn da eine kleine Komponente nicht funktioniert? Und zwar genau in diesem Fall. Der Server 2. tut nicht mehr. Warum, wissen wir momentan nicht. Fakt ist auf jeden Fall, dass die Kette unterbrochen ist. Der Kunde ist unglücklich, kann nicht bestellen. Und wir sind unglücklich, weil wir zum einen kein Geld verdienen und möglicherweise auch noch den Kunden da haben, der sich vielleicht nicht ganz positiv über uns äußert. Ist also dann auch natürlich ein Image-Schaden. Und genau das, diese serielle Kopplung oder diese Probleme, gilt es beim Thema Hochverfügbarkeit natürlich zu vermeiden. Man kann grundsätzlich sagen, dass bei einer seriellen Kopplung, wie ich sie jetzt hier angezeichnet habe, das Gesamtkonstrukt nur so stark ist, wie das schwächste Glied. Wenn ich jetzt Festplatten habe, die, keine Ahnung, fünf Jahre alt sind, dann wird es sehr wahrscheinlich sein, dass die nicht mehr lange tun und die irgendwann mal ausfallen. Wenn ich die nicht redundant auslager, beziehungsweise aufbaue, dann kann es natürlich sein, wenn eine Festplatte kaputt geht, dass der Dienst nicht mehr verfügbar ist. Und das wollen wir natürlich nicht, das müssen wir einfach vermeiden. Und um das jetzt vorzubeugen, gibt es halt diese parallele Kopplung. Und da geht es darum, dass man einzelne Komponenten parallel aufbaut, wie hier jetzt. Wir haben wieder unseren Webshop, auf der linken Seite den Benutzer und wir haben unsere beiden Server. In diesem Fall ist es so, dass beide Server den gleichen Dienst anbieten, unseren Webshop. Und uns ist eigentlich egal, über welchen Weg der Kunde auf den Webshop kommt. Fakt ist auf jeden Fall, dass beide Server dieselbe Information bereitstellen können für den Kunden und der Kunde seinen Monitor raussuchen kann und wieder bestellen kann. Letztendlich sind wieder alle glücklich dann. Im Falle eines Fehlers, wie ich jetzt hier angezeichnet habe, fällt einfach nur ein Strang weg. Das heißt, der Kunde kann nicht mehr über den Server 2 gehen, muss in dem Fall dann über den Server 1 gehen. Wie er da hinkommt, das geschieht natürlich für den Kunden nicht sichtbar. Muss er ja auch gar nicht wissen, auf welchem Server er ist, das ist auch gar nicht notwendig. Für ihn zählt letztendlich nur, ich möchte meinen Monitor suchen, ich möchte bestellen und den irgendwann geliefert haben. Bei dieser parallelen Kupplung ist es wichtig, die Komponenten redundant auszulegen. Ich habe ja eben schon das Beispiel erwähnt mit den Festplatten. Grundsätzlich ist es so, dass man Festplatten redundant aufbauen sollte. Also eigentlich ja alle Komponenten, aber Festplatten sind immer ein gutes Beispiel, weil die laufen ja im 24-7-Betrieb und die gehen halt einfach mal kaputt. Das ist ein ganz normales Verschleißteil. Wenn ich jetzt in meinem Server nur eine Festplatte drin habe, auf der mein Betriebssystem läuft und die fällt aus, warum auch immer, dann funktioniert der Server nicht mehr. Und bei einer seriellen Koppelung, wie wir es eben hatten, dann funktioniert meine ganze serielle Koppelung nicht mehr. Bei einer parallelen Koppelung ist es halt anders, weil ich da ja alles redundant aufbaue. Das heißt, ich habe da immer noch eine andere Festplatte, die dann den Dienst übernehmen kann. Da ist das Stichwort RAID. Also auch ganz normal, dass man das entsprechend redundant auslegt. Ebenso die Netzteile oder CPUs, RAM. Was gibt es denn da noch? Netzwerk, eine ganz wichtige Sache. Genau. Man spricht davon, wenn man Komponenten redundant auslegt, mindestens alles doppelt auszulegen. Im Idealfall sogar dreimal. Weil dann hat man nämlich natürlich noch ein anderes Risiko, ausgemerzt. Und zwar stellen Sie sich vor, Sie haben eine Grundlast auf Ihrem Webshop von 1000 Requests pro Sekunde. Das ist schon recht anständig. Die Server verkraften aber je nur 500 Requests pro Sekunde. So, dann haben Sie zum einen ein Problem, wenn beide einwandfrei arbeiten, ist ja überhaupt kein Problem, denn bearbeitet jeder Server 500 Requests und alle sind glücklich. Aber sobald einer ausfällt, haben Sie ein Problem, denn dann muss ein Server die gesamte Last bearbeiten. Und das wird natürlich nicht funktionieren, weil ein Server kann halt maximal 500 Requests pro Sekunde. In diesem Beispiel jetzt. Insofern ist es wichtig, dass Sie die Redundanz entsprechend so aufbauen oder die Last entsprechend bewerten, sodass Sie ja im Idealfall dreifache Redundanz haben. Denn genau dann haben Sie dieses Problem, was ich eben sagte, ausgemärzt. Und ein weiterer Punkt ist auch diese Load Balancing oder dieses Load Balancing, von dem ich eben sprach, also die tausende Requests pro Sekunde, aber jeder Server schafft nur 500 Requests pro Sekunde. Das ist ja schon eine Art von Lastverteilung. Also ich brauche ja irgendeine Intelligenz, die jetzt entscheidet, okay, 500 Requests gehen jetzt da längs zum Server 1 und 500 Requests gehen jetzt zum Server 2. Das nennt sich Load Balancing, also auf Deutsch Lastverteilung, ist aber nicht oder hat nichts mit Hochverfügbarkeit an sich zu tun. Das ist ein komplett anderes Thema. Spielt dann natürlich mit eine Rolle, macht ja auch Sinn, aber im Prinzip hat es damit nichts zu tun. Sie wissen jetzt also, was ist Hochverfügbarkeit? Wie errechnet man das? Und jetzt stellen Sie sich vielleicht die Frage, wozu brauche ich Ihnen das überhaupt? Hochverfügbarkeit, ja, ist alles gut und schön, aber wozu brauche ich Ihnen das überhaupt? Klar, ich biete meinen Webshop an und es ist nicht schön, wenn Kunden man nicht bestellen können, aber gut, ob da jetzt ein Tag im Jahr ausfällt oder nicht, ist mir eigentlich egal, den Tag kann man verkraften. Gut, kann man natürlich so sehen, man kann aber auch sagen, okay, durch diesen Tag Verlust entstehen mir so viele Schäden, die ich vermeiden kann, wenn ich Hochverfügbarkeit betreibe und stellen Sie sich vor, Sie haben ein sehr großes Unternehmen mit, keine Ahnung, fünf oder zehntausend Mitarbeitern und die können ein paar Stunden keine E-Mails schicken. Das ist sehr unpraktisch. Wie bitte? Ja gut, kann man natürlich auch so argumentieren, dass die Leute dann arbeiten, stimmt schon. Nee, aber Hochverfügbarkeit braucht man im Regelfall dann, wenn es wirklich darum geht, dass man Dienst oder Service wirklich betreibt und man sich wirklich keine Auszeit oder nur ganz, ganz geringe Auszeit leisten kann. Und da gibt es genügend Beispiele, zum Beispiel irgendwie eine Datenbank oder wenn ich ein international agierendes Unternehmen habe, was beispielsweise Support anbietet über so eine Web-Oberfläche mit Support-Ticket-System und ich habe so einen Follow-the-Sun-Support, dass ich halt in verschiedenen Zeitzonen bin, also wenn in Deutschland Nacht ist, dann geht das Support halt irgendwie nach Amerika und dort wird weitergearbeitet, dann ist es fatal, wenn meine Tools, die ich dafür brauche, um korrekt arbeiten zu können, nicht funktionieren. Hier in Deutschland scheint uns das dann nicht zu interessieren, weil wir schlafen dann ja eh, aber die in Amerika, die dann halt damit arbeiten müssen, und wenn es nicht funktioniert, ist es natürlich doof. Zu den Voraussetzungen, um Hochverfügbarkeit betreiben zu können oder nutzen zu können, habe ich jetzt mal so ein paar Stichpunkte an die Wand geworfen. Ich gehe davon aus, ich komme eher so aus dem Rechenzentrumsumfeld, Folge dessen ist es vielleicht jetzt ein bisschen nicht aus der Luft gegriffen, aber schon ein bisschen sportlich anzusehen. Also zu den Voraussetzungen zähle ich auf jeden Fall ein eigenes Gebäude. Ich brauche ein Rechenzentrum oder zumindest eigene Brandabschnitte, wo ich meine Server unterstelle. Es bringt nichts, wenn ich irgendwie eine Gartenlaube habe, da Strom reinlege und da meine Server einstelle. Das macht keinen Sinn. Die Brandabschnitte brauche ich natürlich dann oder also im Idealfall habe ich verschiedene Rechenzentren, die geografisch auch unterschiedlich aufgebaut sind. Das ist der Idealfall, weil wenn an einem Gebäude irgendwas passiert, habe ich immer noch ein anderes, mit dem ich weiterarbeiten kann. Wenn mir das jetzt aber zu teuer ist oder ich keinen anderen Standort habe, wo ich ein Gebäude errichten kann oder mieten kann, dann sollte ich zumindest dafür sorgen, dass ich verschiedene Räume habe, die ich auch brandtechnisch entsprechend absichern kann. Denn wenn in einem Raum ein Feuer ausbricht, habe ich immer noch einen zweiten Raum oder möglicherweise auch mehrere Räume, mit denen ich Notbetrieb sicherstellen kann. Das gehört für mich also tatsächlich zu den Voraussetzungen, um wirklich effektiv Hochverfügbarkeit betreiben zu können. Und natürlich kommt es da auch immer wieder darauf an, was ich denn überhaupt für Dienste oder Services anbiete. Ganz klar. Der zweite Punkt, den ich hier aufgelistet habe, ist Strom, Notstrom und USV. Klingt komisch, denn im Prinzip ist es ja alles das Gleiche. Ich brauche Strom, um meine Dienste beziehungsweise meine Server betreiben zu können. Klar, das ist die Stromleitung, die ich vom Kraftwerk bekomme. Was ist denn aber, wenn jetzt Bauarbeiten da sind und der Baggerfahrer nicht ganz so vorsichtig zu Werke geht und meine Stromleitung kappt, dann ist zappendus da. Unpraktisch. Um dem vorzubeugen, gibt es halt den Notstrom. Das sind im Prinzip sind das Dieselaggregate, große Dieselaggregate mit Schiffsdieseln drin im Regelfall, die halt den Strom in der Zeit, wo ich keinen Strom vom Kraftwerk beziehen kann, für mich den Strom erzeugt. Und dann können Sie sich vorstellen, diese Dieselaggregate oder diese Notstromgeneratoren, die laufen natürlich nicht permanent. Die laufen oder fahren halt nur dann an, wenn ich sie auch tatsächlich brauche. Und Sie können sich vorstellen, dass der Zeitpunkt, von dem ich keinen Strom bekomme, wenn der Bagger, also mein Kabel durchbaggert, bis der Notstromdiesel anläuft, dass das schon eine gewisse Zeit braucht. Also im Regelfall sind das wenige Sekunde, im Idealfall, kann aber auch schon mal bis zu ein, zwei Minuten dauern. So, während dieser Zeit habe ich faktisch keinen Strom. Was passiert mit den Servern? Funktioniert nicht. So, und innerhalb dieser Zeit habe ich also keine Verfügbarkeit und habe natürlich dann auch wieder meine Einbußen. Um diese Zeit zu überbrücken, gibt es die USV, das ist die unterbrechungsfreie Stromversorgung. Im Prinzip sind das ganz große Batterien beziehungsweise Akkus, die für die Zeit bis der Notstrom Diesel einspringt, letztendlich die Energie für mein Rechenzentrum, für meine Server letztendlich zur Verfügung stellt. Bis der Schiffsdiesel oder Notstrom Diesel angelaufen ist, denn dann produziere ich meinen Strom ja quasi selbst. Ganz wichtig ist bei der Sache natürlich auch noch zu erwähnen, diese Notstrom Diesel oder diese Notstrom Aggregate, die funktionieren natürlich nicht einfach so oder mit Strom funktioniert sie natürlich auch nicht, weil sie wollen ja Strom erzeugen. Im Regelfall ist das halt so ein Diesel, so ein Schiffsdiesel, der natürlich auch einen Tank hat. Und da, das ist auch schon mal vorgekommen, müssen sie natürlich dafür sorgen, dass der Tank entsprechend gefüllt ist. Weil wenn nicht, dann springt er entsprechend nicht an. Und das ist natürlich dann, ja, ich habe dann zwar Notstrom Diesel, kann ihn aber nicht nutzen, weil er nicht funktionieren kann. Und das sollte man auch regelmäßig testen. Also man sollte tatsächlich regelmäßig Wartungen einplanen, wo man wirklich genau dieses Szenario einmal durchspielt. Nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis. Denn dann sind sie auf der sicheren Seite und können wirklich kompetent beurteilen, okay, alle Komponenten in meiner Kette funktionieren. Und genau dann sind sie auch in der Lage, ihren Kunden gegenüber zu sagen, okay, es ist gut, dass du bei uns bist, vertrau uns, es funktioniert alles. Wir haben es letztens erst getestet, da und da ist das Testprotokoll. Ein weiterer Punkt ist das Thema Klimatechnik. Jeder, der schon mal irgendwie mit Servern zu tun hatte oder gar schon mal im Rechenzentrum war, der weiß, das wird verdammt warm dort, wenn man keine Klima hat. Denn die Server produzieren entsprechend Abwärme. Das kennt man vielleicht vom PC oder vom Notebook. Mittlerweile geht das so einigermaßen. Früher wurden die ziemlich warm. mittlerweile hat sich da auch einiges getan. Dennoch müssen die Brandabschnitte oder die Rechenzentren, meine Räume, wo ich die Server betreibe, entsprechend gekühlt werden. Denn sonst überhitzen die irgendwann und quittieren ihren Dienst. Und da gilt es dann entsprechend zu bewerten, wie viele Server habe ich denn überhaupt? Was für eine Wärme wird da produziert? Was für eine Abwärme? Und können meine Klimageräte diese Abwärme entsprechend auffangen, sodass eine wirklich konstante Temperatur, eine konstante Arbeitstemperatur für meine Geräte und Devices gewährleistet ist? Und auch die Klimatechnik. Stellen Sie sich vor, Sie haben jetzt einen Raum mit einem Klimagerät und das fällt aus. Dann dauert das keine fünf Minuten, bis die Temperatur rapide ansteigt und nach und nach quittieren Ihre Server die Dienst, weil sie einfach zu warm werden. Denn auch die Klimatechnik, denn auch da gilt es, dass Sie die redundant auslegen. Und da gibt es, da müssen Sie einfach mal mit denjenigen sprechen, also mit der Firma sprechen, die das bei Ihnen dann entsprechend macht. Da gibt es natürlich auch verschiedene Techniken und da sollten Sie entsprechend eine Technik wählen, die auch energieeffizient ist. Bei der Klimatechnik, da kann man auch ziemlich viele Fehler machen, also nicht bei den Klimageräten an sich, sondern bei der Aufstellung der Server. Die Server sind ja alle aufgestellt in so großen Racks, das sind so 19-Soll-Racks im Regelfall. Da sind da meine Server drin, meine Switche, Router und was ich nicht alles habe. Und im Regelfall funktioniert so ein Server so, dass da vorne die kalte Luft ansaugt durch seine Komponenten schleust, CPU, Festplatten und was ich da nicht alles drin habe und hinten die warme Abluft wieder rausbläst. Wenn ich meine Racks jetzt so aufstelle, dass ich hier ein Rack habe, von hier kommt die kalte Luft, hier kommt die warme Abluft raus und hier gleich das nächste Rack. Saugt es schon gleich die warme Abluft wieder an, wo die kalte Luft eigentlich erwartet wird und das ist natürlich fatal. Da sollte man natürlich auch entsprechend ein bisschen Gehirnschmalz investieren, damit man den Raum oder das Rechenzentrum entsprechend plant und die zum Beispiel entgegengesetzt hinstellt. Ich habe wieder meine beiden Racks, hier kommt die kalte Luft, ganz normal wird angesogen, die warme Abluft wird rausgeblasen und das andere Rack stehe ich genau einmal umgedreht hin, sodass die kalte Luft von der anderen Seite angezogen wird und dann quasi so einen kalt-warm-Gang habe. Da gibt es auch verschiedene Mechanismen oder Dinge, die man machen kann oder Aufstellmöglichkeiten, dass man zum Beispiel wirklich so einen kalt-warm-Gang hat, die wirklich voneinander abgeschottet sind, wo also wirklich fast keine Berührung zwischen kalt- und Warmluft ist. Das hängt aber auch davon ab, wie die örtlichen Gegebenheiten sind. Also da gibt es auch keine pauschale Regelung, das muss man immer von Fall zu Fall sehen. Nicht minder wichtiger Punkt ist das Thema Internet, weil irgendwie wollen sie ja einen Dienst oder einen Service anbieten, möglicherweise auch nach außen ins Internet, gerade beim Thema Webshop, die Kunden sollen ja irgendwie bestellen und das funktioniert übers Internet. Ich glaube, wir sind uns alle darüber einig, Anschluss nicht weit kommen im Rechenzentrum, also lassen wir das mal unter den Tisch fallen. Dennoch ist es wichtig, beim Thema Internet nicht nur auf einen Provider zu setzen. Auch da gilt wieder das Beispiel mit der Redundanz. Je mehr verschiedene Wege ich habe oder je mehr Provider ich habe, von denen ich Internet beziehen kann, desto besser. Man kann halt mal eine ausfallen, kann auch mal zwei ausfallen, überhaupt kein Problem, weil ich habe ja noch einen dritten. Der wichtige oder der springende Punkt bei der Sache ist nur, setzen Sie auch auf verschiedene Techniken, denn was bringt Ihnen das, wenn ein Bagger das Kabel durch baggert, wo alle drei Provider angebunden sind? Macht keinen Sinn. Insofern, also da kann man tatsächlich irgendwie auf Glasfaser setzen, ganz normales Kabel oder auf eine Richtfunkstrecke, das ist also auch überhaupt kein Problem, das kann man machen und auch da gilt wieder die Regel, dreifache Redundanz ist ideal, dann können dann auch wieder zwei Provider ausfallen oder zwei Zuleitungen ausfallen. Ein weiterer Punkt zum Thema Internet ist natürlich auch, Sie müssen abschätzen, was erwarten Sie dann überhaupt für Traffic. Also wenn Sie jetzt mit einem Gigabit pro Sekunde angebunden sind, aber Ihr Online-Shop hat mehr Traffic, dann bringt Ihnen die Ein-Gigabit-Leitung natürlich auch nichts. Also das muss entsprechend dimensioniert werden und zwar auch so, dass Sie genügend Luft nach oben haben, falls mal wirklich ein tolles Angebot da ist, dass Sie entsprechend die Peaks abfangen können. Ein toller Punkt unten kompetentes Personal, das wird meistens immer vergessen. Warum? Ist ganz einfach. Was bringt Ihnen das, wenn Sie alles beherzigen, Sie haben verschiedene Brandabschnitte, Sie haben Strom, Notstrom, Diesel, USV, Internetprovider haben Sie verschiedene, die Klima funktioniert toll, aber Sie haben kein Personal, was Ihre Server verwaltet oder im Fehlerfall einspringt und ganz wichtig, dass die Überwachung der Dienste, das muss natürlich auch gemacht werden. Und gerade das ist der Punkt, der oftmals einfach in Vergessenheit gerät bzw. einfach nachgelagert irgendwann mal kommt, man baut halt einfach schon mal was auf, macht einfach was, es funktioniert ja, vergisst aber wirklich den Punkt mit dem Personal. Denn nur wenn Sie auch wirklich kompetentes Personal haben, sind Sie in der Lage, Ihrem Kunden gegenüber zu sagen, okay, bei uns kümmert sich jemand drum, wenn irgendwas passiert, dann sind Sie bei uns gut aufgehoben. Es gibt noch weitere Voraussetzungen, die sogenannten Spots, Single Point of Failures, die sollte man vermeiden. Anfangs hatte ich das Schaubild mit der seriellen Kopplung dargestellt und genau das sind diese Spots. Also wenn ich ein System habe, was für meine Funktion unabdingbar ist, aber es ist wirklich nur an einer Stelle da und es fällt aus, habe ich ein Problem. Und das ist genau so ein Spoth und die gilt es halt einfach zu vermeiden. Alles was geht und was für die Funktion unabdingbar ist, redundant auslegen. Und da kommen wir schon zum nächsten Punkt, Redundanz ist wirklich alles. Im Idealfall sagte ich ja schon mehrfach, dreifache Redundanz ist super, bei einer doppelten Redundanz ist auch okay, passt, ideal ist halt die dreifache Redundanz. Und wenn wir so über Hochverfügbarkeit sprechen, dann sprechen wir auch über einen Punkt und zwar der Punkt Fehlertoleranz und der gliedert sich so in zwei Teile, einmal die Hardware und einmal die Software. Nun, aber was meine ich denn damit eigentlich? Das ist relativ einfach erklärt. Bei der Software, da kennen Sie das vermutlich, jeder von Ihnen hat bestimmt schon mal eine E-Mail geschickt mit irgendeinem Client-Programm oder mit irgendeiner Web-Oberfläche, einen schönen Text verfasst und natürlich auch den Adressaten eingegeben und dann auf Senden geklickt. Und ich garantiere Ihnen, jeder von Ihnen hat bestimmt schon mal die Meldung bekommen, Sie haben keinen Betreff eingegeben, wollen Sie die E-Mail wirklich senden? Und das ist ein tolles Beispiel dafür, für Fehlertoleranz in Software. Die Software erkennt, der Betreff wurde nicht eingegeben, ich frage mal lieber nach. Natürlich kann die Software die E-Mail auch einfach so verschicken, darum geht es ja gar nicht, aber nach bestimmten Kriterien zu entscheiden, ich mache jetzt entweder das oder ich mache das. Bei der Hardware sieht es ein bisschen anders aus. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Server mit redundanten Netzteilen und ein Netzteil fällt aus. Dann haben Sie in dem Server selbst eine Schaltung, das ist Hardware, die dafür sorgt, zu überprüfen, ob beide Netzteile soweit in Ordnung sind. Wenn beide funktionieren, ist okay, dann wird anhand von irgendwelchen Algorithmen eins herausgesucht, was die Stromversorgung übernimmt. Und wenn genau das ausfällt, sorgt die Schaltung dafür, dass das andere genommen wird. Das ist diese Fehlertoleranz in der Hardware. Sie wissen nun also, was Hochverfügbarkeit ist, wie wir es definieren, wie wir die Hochverfügbarkeit ausrechnen können und welche Voraussetzungen es zu beachten gilt. Dennoch möchte ich noch mal kurz den Fokus auf das Thema Umweltschutz, Green IT lenken, denn das spielt auch im Rechenzentrum immer eine wichtige Rolle. Denn die Rechenzentren sind die Verbraucher, die eigentlich am meisten Strom nach der Industrie verbrauchen. Und da sollte man tatsächlich auf Strom von erneuerbaren Energiesätzen, Windenergie oder Wasserkraftwerk, Sonnenenergie oder sowas. Da kann man auch prima Solarpaneele aufs Dach setzen, um halt seinen Teil dazu beizutragen, dass die Welt ein bisschen grüner wird. Natürlich gehört dazu auch eine intelligente Klimasteierung. Es bringt mir nichts, wenn ich die Klimageräte redundant ausgelegt habe und beide auf Volllast fahren, das ist natürlich Verschwendung von Energie. Und ich sagte ja vorhin schon getrennte Kalt- und Warmgänge. Also dass ich meine warme Abluft in die Ansaugwirkung vom nächsten Server puste, das macht keinen Sinn. Das ist auch wieder Verschwendung von Energie, weil die Klimageräte dann entsprechend mehr Leistung erbringen müssen. Also da sollte man wirklich vor der Inbetriebnahme und vor dem Ausbau entsprechend den Fokus setzen. Weiterhin ist es natürlich so, dass die Energieeffizienz von einigen Servern wirklich sehr zu wünschen übrig lässt, gerade bei alten Geräten, die man möglicherweise bei Ebay irgendwie kaufen kann, die schon ein paar Hähchen auf dem Buckel haben. Wo es geht, setzen sie energieeffiziente Server ein, da gibt es schon ganz gute. Und natürlich ist das Thema Virtualisierung oder zu Neudeutsch auch die Cloud ein weiterer Punkt. Was sie virtualisieren können, wo sie wirklich keine Physik brauchen, keine Hardware brauchen, virtualisieren sie es einfach. Aber beachten sie, auch da gilt wieder die Hochverfügbarkeit nicht außer Acht zu lassen, denn was bringt es, wenn sie einen Server haben, auf dem sie Virtualisierung betreiben, da sind 20 VMs drauf, aber das Server an sich geht kaputt. Auch das macht natürlich keinen Sinn, deswegen müssen sie die Virtualisierungslösung, egal welche sie einsetzen, auch redundant auslegen. Das Thema Netzwerkstruktur ist eigentlich so ein Thema, was eigentlich nur so tatsächlich Netzwerke angeht, also eigentlich vielleicht nicht ganz in den Vortrag passt, dennoch habe ich es mit aufgenommen. Wir sehen hier in dem Schaubild zwei Server, einen Webserver, darunter einen Datenbankserver, der angeschlossen ist jeweils an einen Switch. Und der wiederum eine Verbindung hat zur Firewall, zur Außenwelt, damit die miteinander kommunizieren können, zum Beispiel mit unseren Kunden. Was passiert nun aber, wenn der Switch kaputt geht? Irgendeine Idee? Gar nichts funktioniert. Kunden können nicht auf unsere Server kommen, gut, die untereinander können sie auch nicht mehr unterhalten, weil die Verbindung ja über den Switch funktioniert und wenn er kaputt ist, funktioniert auch das nicht mehr. Und deswegen geht man natürlich da auch von aus, dass man die Netzwerkinfrastruktur renundant auslegt und das könnte in etwa so aussehen, dass Verbindung von einem Server einmal zu diesem Switch und zu dem oberen Switch gehen, setze aber auch voraus, dass meine Server jeweils mehrere Netzwerk Interfaces haben, also Füße in verschiedene oder zu verschiedenen Switches und genauso können sie dann einfach kommunizieren, fällt jetzt der untere aus, ist überhaupt kein Problem, gehen wir über den oberen. Sie sehen hier auf der linken Seite sind noch zwei Firewalls und die haben hier noch einen anderen Strich und zwar können die sich untereinander noch unterhalten und das nennt man im Regelfall Interconnect je nachdem was sie da für ein Produkt einsetzen von welchen Herstellern die nennen das vielleicht nicht Interconnect sondern irgendwie anders das sind irgendwelche Marketing Begriffe ich nenne es Interconnect und da gilt es auch eine Besonnenheit zu beachten denn wenn diese beiden Komponenten irgendwelche Informationen austauschen müssen damit sie korrekt funktionieren und darüber zum Beispiel ein Hardbeat machen ein Hardbeat ist so etwas wie ein Lebenszeichen Hallo lebst du noch ja ich lebe noch wenn das darüber funktioniert dann gilt es zu beachten dass die Verbindung direkt funktioniert da ist nichts dazwischen keine aktive Netzwerkkomponente so ein Switch ist ja eine aktive Netzwerkkomponente und wenn ich da jetzt ein Switch zwischen Header und meine untere Firewall fällt aus dann sehe ich das oben nicht nicht unbedingt weil der Link also die Information dass ein Netzwerkgerät da ist oder dass ich überhaupt ein Netzwerk habe wird vom Switch offen gehalten macht natürlich keinen Sinn wenn ich da jetzt einen Ausfall habe dann will ich auch wirklich mitkriegen hey da ist was kaputt oftmals wenn es darum geht wirklich ein Hardbeat aktive Netzwerkkomponenten das Thema Monitoring wird auch oft vergessen will ich nicht sagen aber auf jeden Fall vernachlässigt denn was nützt es mir wenn ich meine ganzen Überlegungen hinsichtlich Hochverfügbarkeit super ausgedacht habe und mein Rechenzentrum gut geplant habe aber letztlich nicht weiß wie geht es meinen Servern überhaupt funktionieren die können Kunden bestellen habe ich Einnahmen was ist mit meiner Datenbank sind da Preise drin wie sieht es aus mit den Verfügbarkeiten all das muss ich natürlich monitoren ich muss darüber Bescheid wissen was auf den Servern passiert und ich muss Bescheid wissen wenn etwas nicht funktioniert oder wenn etwas droht auszufallen sie setzen sich auch nicht so ins Auto und fahren einfach wild drauf los das ist ein gutes Beispiel überwachen sie die Hardware die sie überwachen können dazu gehört auf jeden Fall die Temperatur damit meine ich jetzt nicht die Temperatur von der CPU wobei das natürlich auch interessant ist aber ich meinte da eher die Temperatur vom Raum an sich wo die Geräte stehen denn wenn Sie da auf einmal einen Anstieg von 5 oder 10 Grad haben dann können Sie mit Sicherheit davon ausgehen dass da irgendwas nicht stimmt vielleicht hat die Klimaanlage irgendwie ein Defekt oder irgendwas anderes ist da passiert oder ich habe vielleicht ganz viele neue Server in Betrieb genommen und meine Klimaleistung reicht nicht mehr aus kann natürlich auch sein genauso gut die Festplatten defekte auch die müssen Sie natürlich monitoren Sie müssen darüber Bescheid wissen okay mein Betriebssystem kann jetzt nicht mehr nicht mehr funktionieren weil eine Festplatte defekt ist das müssen Sie einfach wissen und dazu gehört natürlich nicht nur zu wissen dass irgendwas kaputt ist oder kaputt geht sondern Sie müssen auch dafür sorgen dass Sie das relativ schnell oder in relativ kurzer Zeit fixen können also austauschen können Beispiel bei einer Festplatte natürlich einfach die kaputte raus neue wieder rein und die Sache ist geritzt das ist so oder ideal fallen aber oft vergisst man das einfach oder legt es einfach beiseite und hält keine Ersatzteile vor und das gilt es natürlich auch zu beachten genauso auch die Lüfter in dem Server an sich die kann man auch super überwachen funktionieren sie noch oder funktionieren sie nicht mehr und da müsste ich dann auch entsprechend einschreiten zum Thema Software also bezüglich Hardware gibt es natürlich noch eine Unmenge an weiteren Dingen die man überwachen kann und auch da gibt es keine grundsätzliche Regelung oder Empfehlung ich persönlich rate ihnen das was sie überwachen können überwachen sie das einfach und im späteren Verlauf also auf der nächsten Folie kommen wir nochmal auf das Thema Alerting zu sprechen und da gilt es natürlich wirklich auszuloten was ist denn überhaupt wichtig für Position da macht es natürlich keinen Sinn irgendwelche Meldungen mit anzugeben die mich überhaupt nicht tangieren also wenn jetzt ein Lüfter ausfällt okay ist nicht schön aber der Webshop wird weiter laufen also wenn sie redundant ausgelegt sind die Lüfter und auch die Software müssen sie überwachen denn was bringt ihnen das wenn sie wissen okay meine Hardware weist ein Defekt auf ich muss die Festplatte austauschen das ist alles gut und schön aber wissen sie auch tatsächlich ob der Webshop funktioniert werden die Produkte angezeigt die Verfügbarkeiten die Preise können die Kunden überhaupt bestellen und wenn eine Bestellung reingeht wird diese Bestellung auch weitergeleitet an mein wahren Wirtschaft system werden da entsprechende Workflows aktiviert die dazu führen dass der Kunde auch wirklich seinen Monitor bekommt diese ganzen Dinge gilt es natürlich auch zu überwachen und je nach Anwendungsfall Webshop ist halt nur ein Beispiel das müssen sie auf ihr Anwendungsszenario projizieren je nachdem was sie für eine Anforderung haben müssen sie entweder das eine oder das andere monitoren es bringt nichts wenn sie beispielsweise einfach nur den Server anpingen dann wissen sie okay er ist erreichbar wenn er antwortet aber ob der Webshop funktioniert oder ob E-Mail funktioniert kriegen sie damit nicht raus und deswegen ist halt wichtig dass sie die Arbeit also das Ergebnis von ihrer Prüfung auch entsprechend interpretieren und das ist hier unten mit gemeint arbeitet der Dienst korrekt weil es bringt nichts wenn sie einfach nur abfragen okay der Webshop da kommt jetzt mein Webshop aber alles was dahinter ist die Bestellung Verfügbarkeiten und all sowas das müssen sie natürlich auch entsprechend monitoren und im Blick haben ganz wichtig wenn sie das jetzt alles so eingerichtet haben dann kann man ihn erstmal gratulieren weil dann haben sie es richtig gut aufgesetzt sie wissen auf jeden Fall was Hochverfügbarkeit ist sie haben es aufgesetzt klar sie haben das Monitoring aufgesetzt wissen also ob eine Komponente ausgefallen ist sie wissen dass ihre Software entsprechend das tut was sie tun soll und wenn sie es nicht tut was dann das Monitoring bringt nichts wenn keiner drauf schaut kann noch so toll sein aber es bringt halt einfach nichts und deswegen ist es wichtig Alertings einzurichten also Benachrichtigungen die im Fehlerfall irgendwas auslösen eine E-Mail eine SMS ein Telefonanruf oder irgendeinen roten einen roten Kreis auf dem Dashboard der per Beamer an die Wand projiziert wird all das ist wichtig weil es bringt nichts ein Monitoring zu betreiben wenn sich keiner darum kümmert und sich keiner dafür verantwortlich fühlt zu schauen ob alles in Ordnung ist und möglicherweise eine Eskalation einzuleiten oder eine Komponente auszutauschen und auch da kommen wir wieder auf den Punkt sie brauchen qualifiziertes Personal zum einen dafür dass sie Monitoring betreiben es muss halt jemand drauf schauen und zum anderen brauchen sie natürlich auch Personal für die Beseitigung des Fehlers oder des Ausfalls und wir kennen ja alle Murphy so ein Ausfall passiert immer dann wenn man ihn zum einen nicht erwartet und zum anderen überhaupt nicht gebrauchen kann das heißt wir sprechen da also nicht nur von normalen Systemadministratoren die zur Tageszeit im Büro im Rechenzentrum sind oder anderweitig irgendwie erreichbar sondern wir sprechen tatsächlich wirklich vom Operating wir sprechen von Bereitschaft und von von Personal das wirklich im Fehlerfall eingreifen kann oder zumindest weiß was zu tun ist um irgendwelche anderen Personen oder Mitarbeiter zu informieren und je nachdem welche Ausprägung das Ganze hat kann es halt sein dass die Beseitigung meines Ausfalls entweder kürzer ist im Fall vom Festplattentausch gut gehe ich halt runter ich habe ja ein paar rumliegen ziehe mir einfach die Kaputte raus nehme eine neue schiebe sie rein dann ist wieder alles okay aber wenn irgendwas anderes passiert was halt länger dauert oder ich habe keine Festplatte da muss ich erstmal eine besorgen und das gilt es wirklich zu beachten die Dinge die wirklich kaputt gehen können so quasi die Sollbruchstellen oder Verbrauchsmaterialien immer vorhalten weil die kann man ganz leicht austauschen wenn wir über Hochverfügbarkeit reden und das machen wir ja jetzt schon ungefähr eine halbe Stunde eine Dreiviertelstunde dann kommt unweigerlich auch das Thema Clustering mit ins Spiel aber Obacht Clustering ist nicht Hochverfügbarkeit natürlich spielt es mit einer Rolle ganz klar aber es ist nicht nicht das gleiche und das wird oftmals verwechselt beim Clustering haben wir verschiedene Möglichkeiten Clustering zu betreiben wir haben aktiv Passivsysteme wir haben Server A und Server B und wenn das Server A also die prinzipiell bieten die dieselben Dienste an und wenn der Server A kaputt geht übernimmt der Server B den Dienst und der Kunde bekommt davon nichts mit das ist diese Aktiv-Passiv Systemregelung daneben gibt es natürlich auch Aktiv-Aktiv-Systeme also wirklich Systeme die zur gleichen Zeit aktiv sind also zur gleichen Zeit wirklich die gleiche Aktion durchführen können oder denselben Dienst anbieten können das ist im Fall vom Webshop natürlich relativ einfach im Fall von der Datenbank ist es schon mal nicht ganz so trivial denn wenn ich auf einem Server eine Schreiboperation habe eine Bestellung geht ein muss das auf dem Server B natürlich genauso kenntlich gemacht werden wenn ich auf dem Server B dann irgendwie abfrag immer alle Bestellungen und das innerhalb von wenigen Millisekunden oder Sekunden dann muss die Information natürlich konstant da sein und dafür gibt es halt diese Aktiv-Aktiv-Systeme und auch da gilt Clustering das ist kein Load-Balancing ich kann damit also nicht sagen dass bestimmte Last nur auf einen Node oder auf einen Server geht und eine andere Last auf dem anderen ich kann damit also wirklich keine Lastverteilung machen ein gutes Beispiel für diese Aktiv-Aktiv-Systeme ist das wird Ihnen bestimmt auch ein Begriff sein diese Oracle-Datenbank da gibt es so einen Rack-Cluster der läuft oder den kann man im Aktiv-Aktiv-Modus betreiben das ist also auch überhaupt kein Problem und funktioniert auch so weit ok fassen wir kurz zusammen über Hochverfügbarkeit haben wir ja jetzt schon einiges gehört Clustering ok da wissen wir jetzt so grob Bescheid es gibt ja verschiedene Möglichkeiten und wir wissen Clustering ist kein Load-Balancing was ich anfangs noch vergessen habe zu erwähnen ist Hochverfügbarkeit wird ja in Prozent angegeben und wir sprechen bei Hochverfügbarkeit von Minimum 99,9% lieber mehr aber hundertprozentige Verfügbarkeit gibt es nicht jede Komponente kann irgendwann mal ausfallen Folge dessen gibt es keine hundertprozentige Verfügbarkeit ich möchte Ihnen nur noch kurz ein Schaubild zeigen wie das Clustering in der Praxis funktioniert wir haben hier oben eine DMZ da ist also das Netzwerk über das wir die Anfragen von unseren Kunden beantworten kommen also quasi das Internet sozusagen vereinfacht gesprochen und wir haben hier unten unser Heartbeat-Netz das Heartbeat-Netz sagte ich ja anfangs schon ist dafür da um diese Lebenszeichen also lebst du noch? ja ich lebe noch lebst du noch? ja ich lebe noch auszutauschen und in diesem Fall haben wir zwei Servers Server A und Server B die jeweils eine eigene IP-Adresse und eine MAC-Adresse haben und das Clustering an sich funktioniert so dass man dem Cluster-Manager das ist im Regelfall eine Software die einen Cluster-Dienst anbietet dass man der eine dedizierte IP eine sogenannte Virtual IP oder Floating IP zuweist das heißt wir haben dann also drei verschiedene IP-Adressen weil jeder Server hat ja eine eigene und der Cluster an sich hat eine IP-Adresse wichtig bei der Sache ist allerdings dass der Cluster auch eine MAC-Adresse haben muss und die bezieht er von dem Server der gerade aktiv ist und das ist letztendlich dann diese Folie wir haben hier also unsere beiden Server mit jeweils IP und MAC-Adresse und diese gestrichelte Linie stellt unseren Cluster dar und wenn die wenn unsere Kunden jetzt den Webshop aufrufen dann kommunizieren sie nicht mit dem oder mit dem Server sondern in erster Linie mit dem Cluster und der Cluster hat dort oben halt seine eigene IP-Adresse diese virtuelle oder Floating IP und je nachdem welcher Server aktiv ist die MAC von der oder von dem oder von dem Server so und wenn der Server A jetzt der aktive ist ist klar dann ist die MAC vom Server A die bei der Floating IP also bei dem Cluster hinterlegt und wenn der jetzt ausfällt dann sorgt der Cluster Manager also die Software die das Ganze verwaltet dafür dass der Dienst so dass man das nicht mitbekommt auf den Server B wandert also das mit dem nicht mitbekommen ist natürlich nicht ganz so richtig weil wir wollen es ja schon mitkriegen wenn da sich irgendwas ändert denn nicht ohne Grund ändert sich ja irgendwas also es hat ja schon irgendeine Bewandtnis dass ein Dienst von Server A auf Server B wechselt und wir wollen das natürlich wissen aber die Kunden denen ist es egal auf welchem Server sie sind sie wollen einfach nur dass sie ihren Monitor bestellen können und deswegen ist es nach außen hin erstmal egal so und die die Information ob alles in Ordnung ist wie gesagt funktioniert über das Heartbeat lebst du noch ja ich lebe noch und wenn das unterbrochen ist dann wechselt der Cluster Manager auf die andere Node und sorgt dafür dass im Netzwerk mit einem GR die MAC Adresse auch bekannt wird von dem zweiten Server also schickt eine Nachricht raus ins Netzwerk es hat sich jetzt die MAC für IP so und so geändert und das an alle angeschlossenen Stationen ich sehe die Zeit ist schon relativ weit fortgeschritten deswegen jetzt noch kurz ein paar Mythen zum Thema Hochverfügbarkeit da gibt es aber einige also ich habe da jetzt nur mal einen Ausschnitt genommen ja HA oder High Availability zu Deutsch Hochverfügbarkeit ist nur was für große Unternehmen oder nur für große Unternehmen wichtig das ist ein Trugschluss denn gerade kleine Unternehmen die darauf angewiesen sind übers Internet ihren Dienst zur Verfügung zu stellen leiden viel mehr darunter wenn irgendwann mal der Dienst nicht funktioniert oder über längere Zeit nicht funktioniert als große Unternehmen und genauso gut die 99% Verfügbarkeit sind ausreichend für mich für mich nicht es gibt vielleicht Personen die das anders sehen aber 99% reichen im Regelfall nicht aus und RAID das wird auch oft immer gesagt ja Hochverfügbarkeit haben wir nicht brauchen wir nicht wir haben ja RAID ja stimmt RAID spielt damit eine Rolle aber RAID ist keine Hochverfügbarkeit ist natürlich notwendig und wichtig klar aber ohne geht es auch nicht aber wie gesagt RAID ist keine Hochverfügbarkeit und bei der ganzen Sache beachten Sie auch dass Sie einen Disaster Recovery Plan haben also wenn Ihr Dienst oder Ihr Server nicht funktioniert und Sie müssen nicht nur ein Backup wiederherstellen sondern das gesamte System an sich dann brauchen Sie ein funktionierendes Disaster Recovery Konzept das gilt es natürlich auch im Vorwege zu evaluieren was sind meine Anforderungen wie kann ich es entsprechend umsetzen welche Tools gibt es auf dem Markt wie kann ich es umsetzen Backup spielt da auch ein bisschen mit rein da geht es aber eher um die Bewegungsdaten also meine Datenbank zum Beispiel die ganzen Produktinformationen die ich habe oder meine E-Mails beispielsweise das sind alles so Bewegungsdaten die notwendig sind um den Dienst zu betreiben und ja das Stand-by ist natürlich auch keine Hochverfügbarkeit wenn ich ein Ersatzsystem da hinstelle und es letztendlich noch einschalten muss im Fehlerfall damit der Dienst wieder funktioniert das ist zwar alles gut und schön sollte man auch haben wenn man keinen Cluster hat oder keine wirklich Hochverfügbarkeit aber letztendlich ist es keine Hochverfügbarkeit und es wird auch nicht annähernd so an die Verfügbarkeiten rankommen als wenn man es wirklich super aufbaut wie ich anfangs gesagt habe die letzte der letzte Mythos HA ist teuer ja es kostet Geld und ja es ist nicht trivial aufzusetzen und durchaus kann man auch der Meinung sein oder die Meinung vertreten dass es teuer ist eine pauschale Regelung hierzu kann ich Ihnen auch nicht geben gehen Sie in sich was biete ich für einen Dienst an wie viel Geld verliere ich wenn er nicht verfügbar ist und stellen Sie das in Relation zu dem Aufwand zu den Ressourcen zu den Kosten ganz wichtig die Sie investieren müssen für Hochverfügbarkeit und dann werden Sie sicherlich feststellen dass das natürlich Geld kostet klar und auch nicht gerade günstig ist aber dennoch wichtig okay dann danke ich schon mal für Ihre Aufmerksamkeit und warte auf Ihre Fragen sofern welche da sind alles klar Dankeschön